Heute mal was ganz besonderes im Video, das Cobock Westerbro. Das ist ein Design-E-Bike, wie es im Buche steht und was das alles kann und was es kostet, das folgt in diesem Video. So, wie bei jedem E-Bike-Video würde ich die Komponenten einmal von vorne nach hinten durchgehen und euch schildern, wie ich damit fahren konnte. Zunächst ganz kurz zum Hersteller. Cobock, wer es noch nicht gehört hat, das ist ein E-Bike-Hersteller aus Heidelberg und die haben dieses Fahrrad nach dem Kopenhagener Stadtviertel Westerbro benannt. Kopenhagen wahrscheinlich deshalb, weil es eine Fahrradstadt ist und das hier ein absolutes Stadtfahrrad ist. Kann man nicht anders sagen. Weshalb ist es ein Stadtfahrrad? Das fängt schon hier vorne an. Das sind einmal Schwalbe-Kojack-Reifen oder Kojak-Reifen. Die sind einfach nur für den Asphalt gedacht und für nichts anderes. Ich habe verschiedene Untergründe ausprobiert, das war alles Mist, Asphalt ist ein Traum. Womit bringt man das Ganze zum Stehen? Einmal mit Shimano-Scheibenbremsen vorne sowie hinten. Die sind richtig schön, auch natürlich hydraulisch. Da geht richtig was. Hier vorne keine Federung, leider keine Federung, aber immerhin die Gabel ist aus Carbon. Das Ganze kommt dem Gewicht des Rades zugute, denn es wiegt nur 15 Kilo und ist damit eines der leichtesten E-Bikes, die ich je gefahren bin. Richtig schön gemacht. Dazu gibt es dann noch eine Beleuchtung von Supernova, sowohl vorne als auch hinten. Wie man aber sieht, ist hier keine Beleuchtung, sondern die ist ganz woanders. Die ist nämlich hier in der Sattelfassung. Das ist auch sehr schön gelöst und sieht vor allen Dingen extrem gut aus. Was gibt es noch? Natürlich der Lenker, sehr, sehr puristisch gehalten. Es gibt nicht mal ein Motorkontrollinstrument, sondern es gibt wirklich nur zwei Bremsen. Einmal für vorne, einmal für hinten und das war's. Zwei Griffe aus Schaumstoff, schön weich und Ende-Gelände. Mehr gibt es nicht zu sehen am Lenker. Das ist sehr, sehr simpel gehalten. Warum? Weil man dem Ding, glaube ich, gar nicht ansehen soll, dass es ein E-Bike ist. Das setzt sich nämlich komplett fort. Die Designsprache ist vor allen Dingen Tarnung und, naja, nicht so auffallend halt. Das Ganze sieht man dann auch hier bei der Motorsteuerung. Die hat man hier in den Rahmen gesetzt. Das sind einmal fünf Lämpchen, die eben verschiedene Stati weitergeben können, wie es dem Bike zum Beispiel geht, ob das Bike überhaupt angeht oder nicht angeht. Das Licht kann man damit an- und ausschalten, den Akkuladestand kann man da rauslesen. Ganz viel sieht man da drin. Wenn man die Bedienungsanleitung kennt, ich gebe zu, ich musste sie ein bisschen lesen, weil ich es anfangs nicht verstanden habe. Aber wenn man sich da mal reingefuchst hat, gibt es eigentlich da nicht viel zu zu sagen. Ich kann einmal Licht an- und ausmachen mit dem Schalter und das Bike an- und ausmachen. Das war's. Mehr kann ich damit nicht machen. Was gibt es noch? Zwei Pedale sind klar. Dann gibt es einmal den Kettenantrieb hier. Der hat leider nur einen Gang, also nicht mal eine normale Gangschaltung ist an dem Fahrrad. Das hat einen Gang, der ist relativ großzügig verteilt über die gesamte Geschwindigkeit. Also ich kann damit sehr gut fahren, muss ich sagen. Hin und wieder würde mir aber ein höherer Gang fehlen oder zum Anfahren ein tieferer Gang. Warum? Weil ich beim Anfahren nicht sofort die Unterstützung vom Motor habe. Das ist nämlich ein Hinterradmotor, der sitzt hier. Der hat 250 Watt mit einer Peak-Power von 500 Watt. Das ist schön und gut, wenn er angeht. Allerdings ist es bei dem Fahrrad so, dass wenn ich an der Ampel stehe, die erste Pedalumrundung, die muss ich machen. Egal was passiert. Und erst dann fängt der Motor an, mich hochzuschieben auf 25 kmh. Hätte man besser lösen können mit einem Mittelmotor, aber Hinterradmotor, habe ich in vielen anderen Videos schon mal gesagt, fühlt sich einfach etwas spaßiger an beim Fahren. Weil man so ein bisschen angeschoben wird vom Hinterrad eben und nicht das Gefühl hat, dass einem einfach nur beim Pedalieren geholfen wird. Deswegen, man kann es verschmerzen, aber ein bisschen Eigeninitiative muss man bei dem Bike zeigen. Das ja sowieso bei einem Pedelec mit 25 kmh, das fährt einen eben nicht von alleine durch die Stadt. Soll es ja auch gar nicht. Was gibt es noch zu sagen? Ich habe hinten wie vorne sehr, sehr kleine Schutzbleche, die eben das Gröbste von meinem Rücken frei halten. Einen Sattel, beziehungsweise, ja, einen Sattel gibt es dazu. Was es nicht dazu gibt, das ist der Gepäckträger. Den muss ich optional nochmal dazu kaufen. Tut ein bisschen weh bei dem Preis, denn dieses Bike kostet 4.500 Euro, so wie es hier steht. Und das ist schon eine ganze Menge für ein E-Bike, zumal es so puristisch ist. Aber die Komponenten sind sehr hochwertig. Es ist mit 15 Kilo unglaublich leicht, also man kann es mit einer Hand tragen. Vor allen Dingen auch Treppen rauf, Treppen runter, das hat mir in meiner Wohnung ganz gut getan. Bei den anderen Bikes musste ich es nämlich tatsächlich hochschieben mit Motor. Das kann man tragen. Sehr schön. Hinten gibt es auch nochmal eine Scheibenbremse. 250 Watt Motor, habe ich schon gesagt, 500 Watt Peak Power. Wo ist denn jetzt der Akku? Mag sich der ein oder andere fragen. Hier ist kein Akku, da ist kein Akku. Wo ist der Akku? Ganz einfach, der Akku sitzt hier in dieser Stange. Die ist nämlich etwas breiter als der Rest und da ist die Batterie drin. Das hat den Vorteil, dass man den Akku eben nicht sieht und das Ganze von weitem für ein Fahrrad halten könnte. Das hat aber auch entscheidende Nachteile. Erster Nachteil, die Kapazität ist relativ gering. Dieses Bike hat eine Kapazität von 350 Wattstunden bei 36 Volt. Das reicht für maximal 80 Kilometer. Allerdings auch wirklich nur dann, wenn ich es gemächlich fahre. Fahre ich wirklich schnell, dann habe ich so 50 bis 60 Kilometer. Das ist immer noch relativ viel, aber man muss bedenken auf 25 kmh. Ich habe hier also keinen 45 kmh S-Pedelec, sondern ich fahre eben mit unter 30 kmh durch die Stadt. Und das 60 bis 80 Kilometer lang. Dafür ist der Akku hier versteckt. Was für einen Nachteil hat es noch? Einen, der mich wirklich, wirklich genervt hat. Dieses Fahrrad ist nämlich nur aufladbar als Ganzes. Das bedeutet, egal wo ich den Akku laden will, ich muss sicherstellen, dass ich das Fahrrad mitnehmen kann. Das ist dann im Büro nicht annähernd so angenehm, als einfach den Akku mit ins Büro zu nehmen, hinzulegen und aufzuladen. Nein, das Fahrrad muss im Büroraum stehen oder bei mir in der Wohnung oder bei mir im Keller, wenn ich dort Strom hätte. Das ist sehr elegant gelöst, das Aufladen, weil man einfach nur hier unten einen Magnetstecker dran macht, den man auch nicht sieht während der Fahrt. Aber man sollte sich überlegen, ob man die Möglichkeit hat, das komplette Fahrrad dort hinzuschleppen, wo es aufgeladen werden muss. Denn der Akku darf nur von Werkstätten entnommen werden. Nicht wie bei fast allen anderen E-Bikes, wo es auch einfach ohne das Fahrrad ging. Schade, aber sonst gibt es da wirklich nicht viel zu meckern. Vielleicht sollte ich dazu noch erwähnen, das Ding ist nicht ganz so unsmart, wie es wirkt. Es gibt auch noch eine App im App Store für iOS, mit der kann man sich ein paar Daten vom Fahrrad schicken lassen. Über Bluetooth geht das. Einmal Live-Daten, das heißt, ich habe ein eingebautes Navi, wo ich Routen reinpacken kann. Ich habe in der App natürlich die Leistungsdaten wie aktuelle Wattzahl, Akkuladestand, kmh, Strecke, die ich gefahren bin und alles, was man sich so angucken kann. Und ich glaube, auch noch einen Link, um den Hersteller zu kontaktieren. Da ist wirklich an vieles, vieles gedacht worden. Es ist nur, ich habe bei diesem Bike nicht das Verlangen, mein Smartphone hier irgendwo anzubringen. Das ist so, wie es ist für mich okay. Und da ich damit sowieso noch 25 kmh fahre, brauche ich da nicht irgendwie ein Cockpit oder sowas. Ich fahre halt. Und dafür ist dieses Fahrrad perfekt.